Dramatische Sekunden im Berliner Zoo. Eine Frau hängt am Rettungsteil mitten im Eisbärengehege. Unfassbar. Und das während der Fütterungszeit. Der Rettungsring bricht, die offenbar geistig verwirrte Frau stürzt wieder ins Wasser. Einer der Bären schnappt sofort zu. Im letzten Moment erreicht sie ein zweiter Rettungsring und die Frau überlebt. Dahin plötzlich ist die Frau, ganz viele Pfleger sind dahin gerast. Und mehrere Wärter haben auch mit Stangen immer wieder die Eisbären versucht von der Frau abzuhalten, damit da nichts passiert. Während der Fütterung sind Eisbären normalerweise sehr aggressiv. Dass diese Besucherin dem Tod nur knapp entkommen ist, ein Glücksfall am Karfreitag. Warum die Frau allein ins Wasser gesprungen ist, ist derzeit noch unklar. Und das ist die Frau, ganz viele Pfleger sind dahin gerast.